Hallo Leute, Namaste, willkommen in meinem indische Küche. Heute gibt es ein Flattenbrot und es ist Romali-Roti. Es ist ein dünnes und weiches Flattenbrot. Daher bedeutet das Wort Romali als ein Taschentuch und roti ist ein Flattenbrot. Es ist eines der beliebten Flattenbrote in Indien. Eigentlich ist er super groß, aber heute so breiten wir es normalerweise in eine Pfanne vor. Es schmeckt sehr lecker zu kürmigen Curries. Dafür brauchen wir auch einige Zutaten. Vielleicht könnt ihr die alle zu Hause finden. So jetzt fangen wir mal an. 150 Gramm Weizenmehl Typ 405, 50 Gramm Weizenvollkornmehl, so insgesamt wir haben hier 200 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Öl, 1 Viertel Teelöffel Salz, 1 halben Teelöffel Zucker und 130 Milliliter laubwarme Milch. Weizenmehl, Weizenvollkornmehl, Salz, Zucker, Öl. Alles zusammen gut vermischen. Dann fügen wir die Milch hinzu. Immer ein bisschen Milch hinzufügen und zu einem weichen Teig kneten. Den Teig sollte mindestens fünf Minuten lang geknetet werden. Zwischendurch fühlt er sich klebrig an, aber später ist es richtig schön und weich. Jetzt sieht es perfekt aus und ist überhaupt nicht klebrig. Dann lassen wir den Teig für ca. 45 Minuten gehen. In einer Schüssel Wasser und Salz zusammen vermischen. Wir brauchen das Salzwasser später. Und hier habe ich etwas Mehl zum bestreuen. Hier knete ich den Teig weiter und teile in gleiche Stücke. Eine Teigkugel nehmen, bisschen Mehl bestäuben und ausrollen. Versuche es so dünn wie möglich zu rollen. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Teig sehr flexibel sein und sollte nicht sehr rissen. So können wir diese Romali-Roti reicht umdrehen. Vielleicht könnt ihr auch meine Finger durch dieses Flattenbrot sehen. Etwas von diesem Salzwasser über die Pfanne ließen. Das Wasser sollte sofort verdampfen und dabei bleibt etwas Salz stehen. Wenn es etwas dünn ist, dann vorsichtig auf die heiße Pfanne legen und braten. Und ganze Zeit lasse ich die Hitze auf etwas höher als mittlere Stufe. Dann agriere ich es um und die andere Seite braten. Wir können die Ränder leicht mit einem Tuch andrücken. Es dauert nicht lange bis dieser Romali-Roti durchgebacken ist. Jetzt falte ich Romali-Roti wie ein Tuch und kann gleich essen oder mit einem Tuch abdecken, damit es weich und warm bleibt. Ich zeige euch weiter Clips, damit ihr es genauer sehen und verstehen könnt. Ich zeige euch. Und wir sind fertig. Hier haben wir Romali Rotis. Damit habe ich Panini Butter Masala Curry. Es ist Indische Käse Curry. Das Rezept ist einfach, wir brauchen nur etwas Übung und dann kann man es leicht zubereiten. Versucht dieses Rezept und teilt mir gerne eure Erfahrungen mit. Ich hoffe euch das Rezept gefallen hat und wenn euch meine Videos gefallen, dann abonnieren bitte sehr gerne meinen Kanal. Es ist kostenlos und hilft mir weiter. Einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.